Hallo, ich bin Frau Lambrecht. Vor einiger Zeit habe ich mit meiner Kollegin Frau Fuhrmann und meinem Kollegen Herrn Krause eine Übersicht der verschiedenen Organisationsformen erstellt. An unserer Schule ist zurzeit ein neuer Referendar, Herr Müller. Mit ihm will ich nach unserer Sportfachkonferenz über Organisationsformen im Sport sprechen. Kommt doch mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Unsere Sportfachkonferenz ist nun offiziell beendet. Herr Müller, Sie haben mich angesprochen wegen der Organisationsformen im Sport. Welche Informationen fehlen Ihnen denn? Ich frage mich, wozu denn verschiedene Organisationsformen überhaupt gut sind und wozu man diese braucht. Organisationsformen versuchen Ordnung in räumlichen Strukturen zu schaffen. Sie beschreiben die Aufstellungs- und Betriebsformen, die Aktivitäten der Lernenden im Übungsbetrieb und geben Hinweise zum Standort der Lehrkraft. Im Sportunterricht existieren spezifische Organisationsformen. Diese erlauben im Gegensatz zum eher kognitiv ausgerichteten Unterricht mehr Bewegung. Dies haben Heyman und Loy sehr treffend formuliert. Sie schreiben, Im Gegensatz zu den meisten anderen Unterrichtsfächern kommt den Organisationsformen im Sportunterricht eine ungleich höhere Bedeutung zu, da die Organisationsstruktur nicht durch die Anordnung von Tischen und Stühlen festgelegt ist. Deshalb stelle ich in der Praxis bei unseren Referendarinnen und Referendarinnen aber auch darüber hinaus immer wieder fest, dass der Sportunterricht relativ häufig an einfachen organisatorischen Fehlern, zum Beispiel Geräteaufbau, ungünstige Aufstellungsformen, irrationaler Übungsablauf scheitert, obwohl die sonstige methodische Planung einwandfrei ist. Mir ist das damals auch passiert, indem ich zum Beispiel einen ungünstigen Geräteaufbau organisiert habe oder aber auch ungünstige Organisationsformen aneinandergereiht habe. Organisationsformen bringen also eine räumliche Struktur in den Sportunterricht, um eine möglichst effektive Übungszeit zu gewährleisten? Genau. Organisationsformen regeln das Neben mit Nacheinander der Lernenden während des Übungsbetriebes. Anders ausgedrückt, sie regeln den zeitlichen sowie räumlichen Übungsablauf der Sportstunde. Auf diese Weise wird auch ein möglichst reibungsloser Ablauf ermöglicht und dadurch wiederum die Übungsintensität gesteigert. Es wird angestrebt, möglichst viele Heranwachsende zu aktivieren und so viel echte Übungszeit wie möglich zu arrangieren. Ein weiterer Vorteil aufgrund der Festlegung von räumlichen Strukturen ist, dass die Sicherheit der Lernenden gewährleistet wird. Auch die Verständigung zwischen Lehrpersonen und Lerngruppen kann verbessert werden, wenn sich die Lehrkraft angemessen zu den Lernenden positioniert. Ebenso kann durch Organisationsformen die Interaktion innerhalb der Lerngruppe verbessert werden und es können Rituale eingeübt werden. Zudem ist ein Wechsel von Organisationsformen ratsam, da dies zu einer abwechslungsreichen Gestaltung der Sportstunden führt und auf diese Weise die Motivation gesteigert werden kann. Allerdings sollten die Wechsel angemessen und zeitlich ökonomisch gestaltet werden. Organisationsformen stehen insgesamt in ständiger Wechselbeziehung zu weiteren didaktischen Entscheidungen. Da sich Ziele, Inhalte und methodische Maßnahmen nur in bestimmten Organisationsformen verwirklichen lassen. Organisationsformen schaffen also nicht nur Ordnung im Sportunterricht, indem sie Struktur in die offene Raumstruktur der Sportstätte bringen, sondern erfüllen darüber hinaus weitere wichtige Funktionen für einen erfolgreichen Ablauf von Unterrichtsstunden. Ah, ja, das klingt ja echt toll. Diese vielfältigen Funktionen von Organisationsformen waren mir nicht bewusst. Können wir darüber sprechen, welche Organisationsform es gibt? Ja, na klar, ich kann Ihnen einige Hinweise zu Organisationsformen geben. Die meisten werden Sie aber sicherlich kennen. Zuvor sollten wir aber kurz noch auf die Unterschiede zwischen Aufstellungsformen und Betriebsformen eingehen. Bei der Aufstellungsform verbleiben die Lernenden statisch auf ihrem Platz, welcher Ihnen zugewiesen wurde oder den Sie selbst eingenommen haben. Entscheidend ist die Ausübung der Tätigkeit an einem festen Platz. Bei einer Betriebsform wechseln die Lernenden ihre Plätze. Sie bleiben also nicht an einem Ort stehen. Die Aufstellungsformen werden deshalb manchmal auch als gebundene Organisationsformen und die Betriebsformen auch als ungebundene Organisationsformen bezeichnet. Wenn ich zum Beispiel an festen Plätzen Dehnungsübungen durchführen will und sage, »Stellt euch so hin, dass ihr mich alle sehen könnt und euch dabei nicht behindert?« ist das eine Aufstellungsform bzw. eine gebundene Organisationsform. Die Auswahl der Organisationsform sollte so erfolgen, dass sie zum Erreichen des Stundenziels beiträgt. Lassen Sie uns doch an dieser Stelle eine kurze Pause machen. Gleich können wir mit Praxisbeispielen und Hinweisen zu bestimmten Organisationsformen weitermachen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.